Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli Baut. Haha, in der letzten Folge waren wir auf der Suche nach Endermännern. Ist das da hinten? Endermann? Nein, oder? Nein, es blinkt nur komisch. Aber wir haben keinen gefunden. Also sie sind sehr selten im Vergleich zu Zombies, Skeletten und unseren allseits geliebten Creepern. Eigentlich nicht mal das. Was? Sie sind eigentlich nicht da. Es gibt sie nicht. Die guten Endermänner. Schade. Ja, was machen wir? Was machen wir? Wir gehen jetzt nochmal hoch und werden... Oh, ich würde es grauen, aber wir müssen Iron farmen. Und ich glaube auch Copper. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal da hoch. In die höheren Regionen und mal gucken, ob wir Copper und Iron kriegen. Denn unsere Iron Vorrate ist ja komplett am Arsch. Und Copper haben wir ja auch nicht mehr viel gehabt, so wie ich das in Erinnerung habe. Von daher... Was hat er hier schon mal für einen Gang gegraben? Entschuldigung. Würde ich das jetzt gerne machen und das machen wir jetzt auch. Wir graben uns mal hier einfach mal hoch und gucken mal. Ja, hier waren wir schon mal. So. Was waren wir jetzt da? 45. Ich glaube jetzt hier mal so ein Gang. Oh, dann machen wir uns eine kleine... Eine kleine, aber feine... Seht ihr, da ist doch schon Copper. Eine kleine, aber feine Mine. Ah, das will ich sehen. Das will ich sehen. So. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch hier und da mal einen kleinen Endermann. Und da ist auch Iron. Das wäre doch was, wenn wir hier jetzt einen Endermann finden würden. Wenn ihr einen seht, dann schreit bitte ganz laut. Das kann ja sein, dass ich ihn übersehe. Boah! Zweimal Uran nebeneinander hier. Iieieiei. Tin! Nehmen wir auch mit. Also wir machen jetzt mal hier mal wieder eine kleine Farmrunde, weil wir haben jetzt in letzter Zeit so viel gecraftet da, dass natürlich unsere Vorräte an den ganzen Materialien darunter gelitten haben und zu Neige gehen. Und das muss natürlich verhindert werden, indem wir hier und da mal ein wenig farmen. Was eigentlich mit den Turtles? Die habe ich doch auch unten losgeschickt. Irgendwann mal, oder? Oh, da können wir... Ich muss ja hier eh abladen. Dann werden wir da mal gucken gehen. Nein, ich hole das bunte Zeug da bestimmt nicht runter. Ich hasse es. Ich hasse es! Es ist purer Hass. Es ist Verzweiflung. Es ist ein Rockhive. Haha. Eine Rockhive. Ja, ja. Ein Bienenstock mitten in den Fels gehauen. Hm. Silber. Mjam, mjam, mjam. Und was haben wir hier? Das ist ja dieses komische Quarzzeug. So. Mir scheint auch, dass... Verzitt, das war's. Mir scheint auch, dass hier diese ganzen Order-Infused und so und diese ganzen Infused-Dinger kommen die auch weiter oben nur vor. Zumindest kommt es mir so vor. Hier weg. Hier weg. Hier weg. Okay. So. Mal weiter. Vor uns erscheint ein Creeper. Der ist aber, glaube ich, auf einer anderen Ebene. Der ist nämlich sehr dunkel. Seht ihr das auf der Minimap? Ihr müsst da euren Bildschirm richtig einstellen. Wir sind jetzt quasi genau drüber. Oder drunter. Ich bin mir da nicht sicher. Oh nein. Das bunte Zeug. Aber wir lassen es uns einfach liegen. Wir lassen es einfach liegen. Uh. Uran. Oh, eine richtige Uran-Runde hier. Schon drei Uran gesammelt. Silber. So. Dann gehen wir mal weiter. Uh. Cinnabar-Ohr. Mhm. Haben wir da einen Slot? Nein. Na. So. Led. Ich glaube, Led haben wir ziemlich viel. Da ist gerade nicht der große Bedarf da. Aber so ein bisschen. Hui. Da war aber ein komischer Quietscher gerade. Habt ihr gehört? Apropos. Ihr habt gesagt. Jemand hat gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Nö. Der Sound ist noch runter. Musik und so. Ne. 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 Es ist nämlich gar nicht so, wie ihr gesagt habt, dass der Sound noch so laut sei. Das muss man mal so sagen. Und viel leiser habe ich keine Lust, den zu machen. Das finde ich doof. Äh. W-w-w-w-w-w-w. Was war das denn? Was ist so? Silber? Hä? Wir haben noch Silber-Spots, oder nicht? Oder haben wir jetzt wieder zwei verschiedene Silber-Dinger hier? Komisch. Komisch. Ich muss Silber liegen lassen. Oh ja. Oh ja. Gut. Dann hätten wir das uns auch mal gesammelt. Da, da, da. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich mal abladen. Und dann gehen wir mal zu den Turtles, die ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau wo, werden sie aber schon finden, denke ich. Ähm. Und dann gucken wir mal, was die so, was die so gesammelt haben. Hier soll gerade wenig Iron, wenig Copper. Am Anfang hatten wir mal Glück, aber jetzt ist schon wieder... Float. Äh. Na gut, jetzt machen wir hier gleich dann den Kasten. Zu, äh, eckig. Also, hier ist schon. Hier gehen wir gleich lang. Äh. Und dann gehe ich jetzt mal hoch abladen. Wir sind ja doch relativ voll. Mit wenig Iron und wenig Copper leider. Aber da müssen wir durch. Zeit stark. So, hier möchte ich erst mal eine kleine Bridge, Bridge. Sonst nervt mich das noch. Himmel, Herrgott, noch eins. Brilli, brilli, brilli. So, nochmal. Das gibt's ja gar nicht. Was ist da los mit mir? So. Und wieder zurück in unser Treppenhaus. Da ist es. Ein Glück. Ja, essen, Leute. Wir müssen mal gerade auf die Farm gehen. Äh. Äh, denn... Das Essen ist das Gute. Das fehlt uns. So, das... Äh, die können wir auch erst mal weg. Oh, nein. Jetzt hab ich die Äpfel weggebrochen. So, ein paar Fackeln können wir uns gerade noch machen. Äh, hier ein paar Steine. Äh, reicht. Einmal reicht. So. Ein paar Steinfackeln. Was soll's? Okay, dann gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, ob wir ein paar Brote zusammen craften können. Und wie sieht's hier aus? Acht Stück und 59 normale Seeds. Das ist ja schon mal was. Mmh, 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 mmh. Ja, das sieht hier aber noch nicht so rosig aus. Den, äh, verdammt. Den hab ich natürlich jetzt unten gelassen. Die Hoe. Die gute Hoe. Hab ich die echt weggeworfen? Ja. Das war ein Mistake. Ein kleiner Mistake. So, Hoe, wo bist du? Seh ich dich hier? Da. Da. Ne Quest. Oh, hier ist ja noch 17 Weed. Wie kommen die denn hier hin, ohne dass ich sie sehe? Hm. Dann nehmen wir die doch direkt mit. Da kriegen wir ja ein paar Brote raus. Und genau so seien es fünf. Komm ja. Jawohl. So, einmal zack. Einmal Brot. Wieder ein bisschen was zu fressen. Und dann werden wir mal das hier anpflanzen. Und dann haben wir eine große, große Weed-Farm. Oh ja. Oh ja. Die haben wir. Und die mögen wir. So. Da, 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 da. So, die Fackel da, die lass ich da mal. Sonst spawnen uns hier die Monster, wie sie wollen. Wie sie wollen. So. So. Das ist doch schon mal was. So. Noch mal den ganzen Schmodder. Das ist doch mal den ganzen Schmodder. Also für eine Person ist das doch eine relativ große Weed-Farm. Das sollte doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn wir davon nicht satt werden. Aber ich hätte trotzdem lieber Kartoffeln. Liebe gute Kartoffeln. So. Was können wir denn hier ernten? Da. Essence. Wie viel kommt da raus? Ah. Eine Essence. Das ist doch schon mal gut. So. Sonst noch was? Hier. Redstone. So. Redstone. Und hier haben wir noch Fire und Air und Die und Earth. Ah. Gott. Gott, 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 Gott. So. Und pflanzen wir auch mal direkt wieder. Und hier haben wir noch Essencekorb. Wir müssen das halt mal irgendwie irgendwann, ähm, müssen wir das natürlich ordnen hier. Nach Feldern. Ähm, sonst bringt das nicht. Sonst kriegen wir hier einen Überblick, weil die alle gleich aussehen. Außer wenn sie reif sind. So, warte mal. Dann holen wir uns gerade noch hier die paar Essence-Dinger. Acht Stücke. Das ist ja auch irgendwie ein Riesen-Ausbeutel. Aber immerhin. Aber immerhin. So. Ho. Wo bist du? Da. Zack. Da, 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 da. Ähm, so, okay. Die hätten wir auch gesät. Weil das ist jetzt hier nicht gerade erntable. Das lassen wir mal. Äh, ansonsten nehmen wir es mal runter. Da können wir uns, glaube ich, jetzt, wenn man das mixen kann, ich bin mir da jetzt nicht sicher, brauchen wir acht Obsidian oder acht Redstone, da kann man die auch mixen. Dann können wir uns nämlich den, ähm, den, 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 den Stein upgraden. Den Infusion, Infusion Stone. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das, 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 das nicht. Das, das kann auch erstmal weg. So. Äh, und die Hole, die Hole kann auch erstmal weg. So. Okay, dann gucken wir mal. Äh, Essence. So, da haben wir noch vier Redstone und zwei Obsidian. Und da brauchen wir unseren Stone. Äh, da. Regular Infusion Stone. So. Dann schauen wir mal, ob man die mixen kann. Das sind ja jetzt acht. Das wäre ja, das wäre ja fantastisch. Das wäre ja wunderbar. Das wäre ja geradezu toll. So, bitte. Zeige her. Da-dum. Geht nicht. Gut. Kommando zurück. Kommando hier rein. Mal gerade gucken, wie viel haben wir denn jetzt von den jeweiligen Essen... Na. Von den jeweiligen Essenzen. Hier, Nature. Was kommt da raus, wenn wir da acht... Acht brauchen wir immer. Deswegen habe ich die angepflanzt. Wobei, warum haben wir so viel Nature? Was ist denn Nature Essence? Das da war... Hä? Nature? Nature? Es gibt nur Nature Essence. Was bringt mir denn Nature Essence? Gerade mal gucken, ob da irgendwas rauskommt. Nö. Hm. Nature Essence. Weiß das irgendjemand? Also, ich weiß es nicht. Gut. Wir schmeißen sie mal wieder rein. Hm. Mal sehen, was das ist. Vielleicht finde ich es raus. Ich höre jemanden. Hallo. Wo kommst du her? War alles ausgeleuchtet. Verarschen oder was? Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal die Turtle suchen. Die Turtles, die guten alten. Tja, wo waren wir denn das letzte Mal? Wir waren da unten. Wenn wir jetzt da unten rechts gehen, hatten wir die Gänge. Und dann habe ich die... Hatte ich die hinter den... Warte mal. Also, die haben wir alle, glaube ich, ausgehoben. Und dann bin ich, glaube ich, bin ich hier durch. Ja, ich sehe doch, da hinten schon gegangen, oder? Da. Da. Ja. Hier sind sie. Hier haben sie sich versteckt. Gut. Dann nehmen wir die Gänge hier mal mit. Und wenn wir Glück haben, finden wir einen kleinen Endermann. So. Redstone. Viel Redstone hier mal wieder. Endlich. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Dass wir da mal Redstone finden. So. Essence nehmen wir natürlich jetzt wohlwissend mit. So. Hier. Mimichheit. Oh. Brauchen wir auch hin und wieder, ja? Haben wir ja gesehen. Ja. Den großen Prügel raus. So. Äh, so. Ja, 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 ja. Was haben wir hier? Das ist Salpeter. Das ist Indium. Ah, das wird auch noch spannend. Wofür ist Indium und Cadmium? Tja, ja. Das sind die Fragen, die die Welt bewegen. So. Ja, ja, ja. Vielleicht finden wir ja auch unsere allseits geliebten, aber seltenen Diamanten. Ach, das wäre schön. Oh, hier ist aber ganz schön viel Dark Iron Roar. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht nehme ich auch gleich einfach mal zwei Turtle mit nach oben. Dass die, äh, Eisen und, ähm, na toll. Dass die Eisen und, hallo, Copper Farm. Ich habe gar keine so schlechte Idee. Ich weiß, da unten war Redstone, aber Wasser und so. Wieder zweimal. Ach, das ist ja teilweise schön abgelaufen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Das hier ist jetzt, glaube ich, Folge 98. Das heißt, in zwei Folgen ist ein großes Jubiläum angesagt. Die 100. Folge. Wer hätte das gedacht? Die 100. Folge Brilli baut. Ja, ja. 100 Mal Brilli baut. Also, wer die alle gesehen hat, ne, da muss ich sagen. Habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Ah, ja. Ne, da, da, das wäre, ist ja krass. Also, wer das dann sieht, dem muss es ja wirklich gefallen. Also, zumindest, wenn man 100 Stück davon guckt. Naja, wollen wir noch zwei, drei machen. Und dann höre ich ja auf mit Brilli baut. Genug Brilli baut, oder? Genug davon. Genug. Nein, nein. Brilli baut ist ein Langzeitprojekt. Das habe ich gesagt. Und Brilli baut macht mir auch immer noch, obwohl es jetzt schon 100 Folgen alt ist und somit das größte Projekt auf meinem Kanal ist, macht es mir doch immer noch sehr... Oh, besonders, wenn ich Diamanten finde. Einer, zwei. Oh, zwei. Naja, besser als null. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich euch begrüßen darf, bei Brilli baut. Das ist dann Folge Nummer 99. Bis dahin, bis morgen. Ciao, ciao, ihr lieben Leute.